So, liebe Leute, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Und zwar heute werden wir den Stoßdämpfer rausholen, beziehungsweise das Luftfahrwerk, das elektronisch gesteuerte Luftfahrwerk. Das ist das Ding hier, das lange hier. Für das Alter sieht das noch gut aus. Der eine oder andere würde jetzt sagen, naja, sieht nicht mehr so toll aus. Man sieht hier auch, hier ist so ein kleiner Riss, der ist aber nur oberflächlich. Da kommt noch keine Flüssigkeit oder so raus, also das ist noch im Rahmen. Es ist natürlich eine Frage der Zeit, das würde man eigentlich nicht ewig halten, aber es ist schon lohnenswert. Vielleicht kann man da das eine oder andere nochmal draufschmitten, damit das nochmal ein bisschen länger hält. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, dass wir den rausholen können. Die sind nämlich mega viel wert. Sind auch nicht so schwer befestigt. Hier unten drunter sind zwei Schrauben, einmal links, einmal rechts. Und oben drin sind dann drei Schrauben. Die findet man dann im Kofferraum. Und zwar hier, einmal hier und hier und hier. Die sind eigentlich alle ziemlich leicht zur Öffnung. Da muss man zwei Stecker lösen. Einmal den Luftdruckschlauch, das ist der hier. Den muss man lösen, der ist nicht so fest. Den muss man einfach hier die Sicherung weg und dann kann man das wegziehen. Und hier unten ist ein Kabel, das ist für die elektronische Steuerung, die dahinter geht. Hier ist übrigens der Sensor. Der misst, in welcher Position sich gerade das Fahrwerk befindet, beziehungsweise in welcher Position sich das Rad befindet aktuell. Sprich, ob das Rad weiter unten ist oder weiter oben. Und er scannt gleichzeitig halt den fahrbaren Belag. Sprich, ob uneben, gerade oder was auch immer. Und demnach stellt er dann das Fahrwerk ein. Ist aber auch abhängig davon, wie man fährt. Wenn man sportlich fährt, stellt er das Fahrwerk etwas härter. Wenn man gemütlich fährt, stellt er das Fahrwerk automatisch etwas weicher. Ja, das holen wir uns heute. Und vielleicht baue ich es dann auch gleich heute noch in den Cadillac von Xialin ein. Was wir aber jetzt nicht wirklich aufnehmen werden, weil einmal ausbauen. Es geht ja nur hier ums Strippen von diesem schönen Wagen. So, dann legen wir los. So, dann legen wir los. So, dann legen wir los. So, ja, liebe Leute. Da ist der Stoßdäpfer draußen. Das Luftfahrwerk. Da ist ein großes Loch. Ist jetzt leer. Und ja, ich habe beide Seiten draußen. Und habe hier schon mal ein bisschen Silka-Flex drauf. Sprich, dass die Risse wieder schön gefüllt sind, die da vorhanden waren. Und so eine ganz, 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 ganz dünne Schicht überall drüber gemacht. Dass das wieder ein paar Jährchen hält. Und, äh, ja, genau. So, ja, das war es eigentlich auch schon. War easy going. War nichts besonders schweres. Schrauben gehen gut auf. Und man ist nächstes... Also geht es noch mal.